Das kleine Lädchen Gottes Ich betrete ein kleines Lädchen, hinter dessen Theke steht ein Engel. Verwundert frage ich, was wird hier verkauft? Er antwortet mir, alles, was Gott zu bieten hat. Ich frage ihn, ob die Dinge sehr teuer sind. Nein, antwortet der Engel, alles ist kostenlos. Ich schaue mich neugierig um und entdecke ein Fläschchen mit Glauben, ein Bäckchen mit Hoffnung und Glücksverpackungen. Ich nehme allen Mut zusammen und gebe meine Bestellung auf. Bitte geben Sie mir ganz viel Liebe, alles, was Sie an Vergebung vorrätig haben, auch eine Flasche mit Glauben, ausreichend Glück und die Errettung der Erde, genau, für mich und meine Lieben. Der Engel verpackte liebevoll mein gewünschtes Ein und reichte mir das Bäckchen über den Tresen. Es war so klein, dass es Platz hatte in meiner Hand. Deshalb fragte ich, ist das alles? Er lächelte mich an und antwortete, mein liebes Erdenkind, der Laden Gottes verkauft keine Früchte, nur Samen. Amen. 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 Amen.